Jawoll, der ist gut. Boah! Alter, alter, alter! Boah! Richtig gut. Er hat 1,15 Meter. Aber richtig, richtig fett. Geil. Hier ist aber direkt wieder saus. Alter, was ein fetter Fisch. Was ein fetter Fisch. Da geht er. Da geht er. So eine Riesenmöhre gefangen hier auf dem 25cm Butcher. Mega, mega geil. Es hat sich voll ausgezahlt, die Futterfische zu suchen. Das geht's mit. Vielen Dank.